Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit, ohne Milz? Mit, ohne. Stefan, wusstest du, dass Messi schon 90 Jahre alt wird? Hast du einen Sprung in der Lesebrille? Der lässt vielleicht seine Gegner 90 Jahre alt aussehen. Oh, nee, ich hab mich verlesen. Messi wird 90, das Seeungeheuer. So wie's aussieht, ist Messi das Gegenteil von dir. Hä? Du bist ja eher ein Schlechtsee-Ungeheuer. Einmal die 4 und die Geburtstagskarte hier. Momentchen mal bitte. Stefan, glaubst du, dass es Messi wirklich gibt? Anke, ich war ja in Schottland an dem See, wo diese dinosaurierhafte Bestie immer wieder auftaucht. Laut meinem fremden Führer immer nach 8 und das stimmt. Bitte was? Ja, also nach 8 Scotch. Also die damalige Thatcher-Regierung überlegte ernsthaft, eine offizielle Suche nach dem Ungeheuer von Loch Ness durchzuführen. Man erwog, trainierte Delfine aus den USA zu verwenden. Stefan, ich finde das Thema voll spannend. Sieht man an deinen Benzinpreisen? Wieso? Die sind auch ungeheuerlich. Macht 1837 Euro, sammeln Sie monster.de Punkte, haben Sie eine Tabaluga-Card oder sind Sie im Yeti-Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Dankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.